hallo 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 ihr leute von heute ja was machen wir wir suchen die gloria's prospect weil wir wollen in das body system ein bau die heiße so das ist von azimuth da gibt es die modifizierten plasma beschleuniger und so weiter ja die waffen gegen die sarroids gegen die bugs ja das im boni system ist gesperrt deshalb müssen wir erst mal zur gloria's prospect ja wie finden wir die ganz einfach moment mal wie toll das ist gut gesagt wo haben wir das da haben wir das und zwar geben wir ein in nara so dann akzeptieren und sein in ja gucken wir mal sein in so der sind für ihn gesigned gehen wir auf data von data data gehen wir auf stations und geben ein gloria's prospect und dann sehen wir aha lhs 11 63 da müssen wir jetzt also zuerst hin und was sehen wir da aha lhs 11 63 zufälligerweise war ich in der nähe also was es alles gibt gut dann starten wir mal unseren frameshift und ab geht's jetzt wollen wir kommen frameshift frameshift yeah baby gib mir den frameshift beschleunigen ja wenn wir wissen wie das geht dann machen wir das auch so geht das ok ja geil dieser frameshift ist doch echt cool aus ich bin begeistert von dauert das nicht so lange einmal und schon bis da ja bisschen tanken oder haben wir noch genug halt voll reicht so was hatten wir da denn dann hatten wir da nicht diese da wie jetzt noch die fliegen wir doch gleich waren das ist schon mal günstig dann bekommen wir schon mal eine übersicht über das system einmal dazu den e-scanner anlaufen lassen sehr gut sehr gut waffensysteme brauchen wir erstmal nicht so come on baby 08 ls wir sind schon auf anschlag schneller geht nicht party was los hier ja jetzt gehen wir schon gas raus so da muss ich auch mal hier gucken und da gehen und da wird mir nichts angezeigt und dann gehe ich mal da hin und macht das an und da geht's okay man soll ja auch was davon haben vor allem von mir ja 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 und jetzt raus aus dem rechtschiff so muss die sonde aber sie okay navigation signal und dann ja schon die ersten betämen ja komm gib mir infos ach mal eine drohung so alle daten abgegriffen sehr gut dann fliegen wir mal langsam weiter und guck mal nach wo ist die Glorious Prospect ja scann soviel du willst ich habe jetzt keine Zeit ich suche die Glorious Prospect warte mal machen wir mal das hier äh 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 Stationen Carriers zurück so da musst du dir das irgendwo sein ne Glorious Prospect Glorious Prospect Glorious äh äh Mission Target was soll das sein und hier hat er so genannt ok UFO Base Black Hole da ist die Glorious Prospect da fliegen wir doch mal hin 1000 Lichtsekunden das ist doch um die Ecke oder auch nicht erstmal um die Sonne rum gut dann nutzen wir das auftanken äh auf in den Frameschiff jawoll 4 4 4 3 1 4 4 4 5 5 und einmal hä wieso tankt der nicht oh yes 5 5 5 4 5 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 6 5 6 6 7 6 6 6 7 7 7 7 8 7 9 9 10 10 10 10 9 10 10 10 11 11 Die Seite scheint schon mal gut zu sein und dann gehts mal ran, oder? Ja, so, Glorious Prospect, wir kommen! Da 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 da! Hoffentlich nicht die andere Seite, denn müssen wir nochmal durchstarten. Aber es sieht wohl so aus, als ob wir hier richtig sind. Glorious Prospect. Und dann müssen wir Missionen erledigen. Missionen erledigen für die Glorious Prospect, damit wir dann in das M-Bounty System einfliegen dürfen. Und die verbesserten Kanonen bekommen, die an die Sago ins Waffen. 4 Megameter. Was ist hier los? Die können eng werden, oder? Die ist halt dicht an den Asteroiden. Yo! Disengage, okay. Ah, guck mal, da ist sie! Ah, ziemlich dicht, ne? So, dann muss man Lande-Freigabe erbitten. Kann man schon machen, Entfernung passt. So. Yo! Das hört sich doch gut an. Das sieht aus, da vorne. Gleich richtige Anflugwinkel. Das passt doch. Fahrwerk ausfahren. Glorious Prospect. Schick, schick. Schick, schick. Das ist nett, danke. Landing gear deployed. So. Mal sehen, ob wir einen sauberen Anflugtor hinbekommen. Ja, aber, oder? Ja. So. Das sieht doch ganz gut aus. So, und runter. Jawoll. Oh, das war ein bisschen hart, aber immerhin. Wir haben's geschafft. So, jetzt sind wir auf der Glorious Prospect. Doch, was müssen wir hier tun? Was müssen wir hier machen? Landen erstmal, ne? Jawoll. So, das Wichtigste. Auftanken. Sternhafen-Dienste. Hop, hop, erweiterte Wartor. Alles checken. Auftanken. Drohnen kaufen. Park haben immer gebraucht. Falls ihr was Leckeres finden unterwegs. So viel wollte ich ja gar nicht. 20 Stück mehr so. Oh, Leute. So. Gut. Done. Mann. Kontakte. Was haben wir hier? Hat der was hier irgendwie? Nein. Kampf verloren. Rettungsdienst. Schwarzes Brett. Dann schwarzes Brett. Äh. 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 Wo gibt's denn hier irgendwelche Missionen? Für die... Leute? Hier gibt's nichts. Okay. Ähm. Nein. Ey, was soll der Scheiß? Hallo? Ich wollte weitermachen. Zehn Minuten noch. Profil Klonen. So. Nochmal. Sternhafendienste. Hahaha. Schwarzes Brett. So. Da war auch nix. Transport. Ist da irgendwas? Oh. Guck mal hier. Gelegenheit zum Erwerb einer Einreiseerlaubnis. Gesperrt. Da nur... Ah. Da Ruchvoraussetzungen nicht erfüllt sind. Okay. Das ist... Äh. Für wen ist denn das hier? Azimut Biotech. Dann müssen wir Missionen annehmen für Azimut Biotech. Oder? Da. Abbaubedarf. 72 Einheiten besorgen. Oh. Kannst du hier nur abbauen? Oder was? Oh. Ich hab keine Zeit zum Abbaubedarf. Und ganz ehrlich. Ich hab auch keine Lust. Kurierauftrag. Das war schon mal gut. Kurierauftrag. Ah. Zu gut. Biotech. Missionen annehmen. Klar. Machen wir. Machen wir noch was für Biotech? Machen wir noch gerne. Da, 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 da. Ah. Da, 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 da. Warte. Da war noch was. Noch ein Kurierauftrag. Ja. Den haben wir auch. Okay. So. Logo. So. Dann gehen wir zurück. Was haben wir noch? Ah, Support. Azimut Biotech. Die brauchen keine Spenden, ne? Ah. Leute. Nicht so wild klicken hier. Nicht so wild. Operations. Da, 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 da. Ne, das ist auch nicht so Biotech, ne? Ah, guck mal hier. Ach, geht auch nicht, ne? Oder doch? Oder was? Ne. Die haben auch nichts. Also Transport kannst du machen. Treiberufler? Was will der denn? Nein. Aber Biotech, die sind ziemlich... Ah. Schleifung wirtschaftlicher Daten. Okay. Was wäre das denn für eine Mission? Okay. Ja. Ich würde sagen, wir machen das einmal schnell. Dann gehen wir da rein, da rein, da rein, da rein. Kurierauftrag. Bellamy Hub. Okay. Okay. Dann gehen wir da hin. Oder sagen wir mal... Okay. Wir machen da ein kleines Sprüngchen hin. Einmal starten. Und lass geht's. Oh, herrlich, oder? Ist das nicht ein schönes Schiffchen? Boah. So. Mal sehen, wie das aussieht. Wenn ich erst das einfahre. Wow. Auch geil, oder? Zappel, double, do. Alles zu. Und hoch. Yo. Dann beschleunigen wir einmal. So. Wo ist das? Die Richtung. Oh. Das könnte knapp werden. Okay. Nicht rückwärts. Vorwärts. Oh. So. Erlädt. 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 Und Aptipost. Ursitoare. Habe ich auch noch nicht gehört. Ah, ich habe so vieles auch nicht gehört. So. Boah. Oh. Jetzt. Ja. Was haben die da? Ja. Wir bereiten uns. Oh. So. Bellamy Hub. Klack. Erlädt. So. Und los. Gut. Wir bereiten uns. 800 Sekunden. Das ist auch kein Thema für uns. Ah. So. Frage. Jetzt haben wir einen Landeplatz. õh, ah. Landeplatz. Ah. 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 anpassen noch so gut so und jetzt hochziehen da 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 wir sind gleich da la la in einer planeten umlaufbahn wie war das auch anders zu erwarten wo steht er denn jetzt vor dem planeten wohl ne? oh ist da einer? ne ne? alle hinter uns? da oben irgendwo Binken, äh Binkera oder so, keine Ahnung, egal Bellamy Hub, da wo wir jedenfalls sind so hä? ist er auf der Oberfläche? ok ja gut, hoffen wir es machen jo die Bellamy Brothers aha so so Anflugwinkel passt, Geschwindigkeit passt Elite German Commanders, ok planeten mit hochwertigen, mit talenten Elite German Commanders, ja Frage, worauf ist das Elite bezogen, ne? hab schon viele getroffen, die sich für Elite hielten so 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 jetzt geht's ab ins Gleiten mal sehen was er da so vor sich hin gleitet jo und bam einmal rein gleiten ok 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 jo hello 07 wo ist das denn jetzt da? 07 oh 1 G 1,8 G oi 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 wir müssen ein bisschen vorsichtig sein beim Anflug uuuh uuh jawoll sieht doch ganz gut aus Fahrwerk raus und runter mit der Kiste bisschen nach vorne noch oh 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 so wir wollen ja auch nichts kaputt machen hier, ne? uuh ja so ungefähr passt das jetzt ja, ne? Höhe passt, 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 passt passt geh mal runter oh sieht aus wenn er nicht passt, ne? auch nicht okay jetzt ah jetzt hat's gepasst, okay das war ja ne komische Landung ah so bellen weep brothers ha schwarzes bread schwarzes bread abgeschlossene Missionen Mission abschließen bioreduzieren bioreduzieren der flechten brauche ich das? keine ahnung ähm ruf einfluss, ne? so war das doch, oder? die kohle ah gut die kohle ist nicht so wichtig jawoll hohe fraktion oh guck mal, da bin ich schon ein bisschen höher ah, die ist wohlgesinnt davon mh mh flasher dann auf zum nächsten burschen wo ist der denn? Transaktionen, da will ich doch hin, Leute, Kurierauftrag, Tarachtor, Tarachtor, okay, machen wir doch gerne, wir sind so frei. Nächster Sprung, Tarachtor, jo, dann, tschau, starten, signal verloren, Tarachtor, jo, und hoch, und einfahren den Kram, ist das cool, baby, jo, und dann dürfen wir auch Gas geben. Auf, auf und davon. So, wenn man jetzt noch wüsste, welche Richtung wir müssen. Ja, gucken wir mal. Oh, wie machen wir das denn jetzt? Okay, wir fliegen erst mal vor Le Pulli, und dann, ja, genau, ab in den Fluchtvektor. Das gab mal eine Band in den 50er und 60er Jahren, die hieß tatsächlich Bellamy Brothers. Habt das damit was zu tun, Bellamy Brothers? Könnte doch sein. So, ja, bisschen beschleunigen, wär auch nicht schlecht. Wieso? So, ist gut. 28,5 Flüchtjahre. wie das wohl ausgesprochen wird bikerach bikerach wer weiß das schon also da müssen wir lang einmal um den planeten rum jetzt können wir schon Jawoll. Torachtor. ja in kamen müssen wir ab texten vom stars aus der s blau 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 sind alle meine dinge der mal aus der schenke wir kommen bergiger rescue bergiger wer ist das kreuzfahrtschiff und das wollte ich schon wieder von mir diese boden aus ok zehn minuten oder müssen doch nicht schaffen wir schaffen das unsere heutige flug heute ist nicht mein tag absolut nicht 130 wir fliegen auf volle bolle erst nehmen wir gas raus ändern den winkel ein klein wenig und dann ziehen wir rein schneller geht das schon fast gar nicht mehr volle pulle und zack proto kai chat junkie ok und ja vor uns können wir den die daten checken kann er mehr da schade ok der ist oberhalb von den planeten so rescue ship bergiger kampf bereich ok wir sind schnell ok ballern ganz gut rescue ship wir holen den bonus komm sie zu fährst du fährst du sehr leid ja ja drei zwei eins und los ui hier sieht ja ganz anders aus so zack 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 und anfrage und wo landeplatz eins wo ist hier landeplatz eins so so Da ist unser Land deploys. So, Fahrwerk raus. Jawoll. Ups. Nein. Nein. Oh, sag mal, fliegen kann ich auch nicht, oder was? Was ist denn los hier? Hast du Probleme, kleiner Mann hier? Das sieht doch sauber aus. Ein bisschen aufrichten. Und, und. Jawoll. Hä? Ja, jetzt. Okay. Ja, so war ich in Boneshaus, oder? Kämpfungsempfängung Ja, okay Das ist okay Das ist okay Gibt es da irgendwie eine Mission? Transport Ne, gibt es nicht Scheiße Sagt man nicht, versaut die Bildung Also LHS LHS Wo sind wir hergekommen? LHS 1163 Da wollen wir wieder hin Systemkarte Und da ist er da Glorious Prospect Da wollen wir hin Zack Und zack Und zack Und zack Und zack Geht alles zack zack Übrigens war ich mal in den Bergen Gibt es ein Gewitter Aber der Blitz kommt mich nicht treffen Wisst ihr warum? Ja, immer wenn ich auf zack war, war der Blitz echt auf zack Und zack Ähm So Und los Und los Wann pustet der nicht? Achso So Und los 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 In den Ich bin Oh, ich werde hier noch Anzähler! Was? Dankeschön! Gut dollar, keine Ahnung! Fuel Scooping, ja das ist immer gut. Wie viel können wir denn? 500? Und jump! Jump baby jump! Jump baby jump! Jumping around! Jumping around the Christmas tree, ne das funktioniert ja nicht. Naja. So. Ups, wir können das ein bisschen rausnehmen. Und? Wo ist denn jetzt? Hä? Ah da. Und volle, volle. Glorious Prospect, back again. So. Jump jump! Oh. Wieso gibt da keine Folge, alles? Schon cool irgendwie so, oder? Äh, da sitzt der kleine Dicke. Glorious Prospect, back, 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 back. Ja. Ja, jetzt müssen wir wieder den Asteroiden-Tingsbums-Gürtel anfliegen. Ja. Hallo? Wieso gibt's so kein Vollgas-Busche? Immer Vollgas! Eine Brems verliert. Ah, da können wir was kennen. Messie Paris, Experte. Ah. Typ 7-Transporter. Octavius. Diamond Backscout. Und. Da, 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 da. Oh, jetzt nehmen wir langsam Gas raus. Und, rechter Winkel Anflug. Boot up in den Bogen. Zoom, 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 zoom. Glorious Prospect. viel hat er so durchgebracht die beiden version aber so gleich ist es soweit und disconnecten 5 3 2 1 0 diesmal von herr ist ja auch hier schlechtes kontakte lande erlaubt das können wir noch mal so platz 1 wo war er denn noch mal von der war der seite oder ja wir schleudern da knapp dran vorbei wo war der jetzt lande platz 1 ach da das ist viel wo sei es das 1 jawohl die richtige seite habe schon mal wo ich jetzt auch die pläne gehe aber habe ich nicht an deshalb muss ich das anhand machen so so wer läuft Äh, äh, äh. Jawoll! Einmal auftanken. Sternhafen-Dienste. Einmal Lucky Lucky machen hier. Schwarzes Brett. Transport. Immer noch nicht. Ruf. Wir brauchen mehr Ruf. Mehr Ruf. Was ist das? Abbaubedarf. 35 Einheitenausbildung habe ich nicht. Abbaubedarf. Abbaubedarf. Bäh. Abbaubedarf. Warum mache ich sowas? Blackbox, das ist doch gut. Abbaubedarf. Kurierauftrag. Machen wir noch so viel Zeit? Nee. Egal, wir machen den mal. Abbaubedarf. 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 Weil die hier nämlich Schöpfe wird. Einmal dargucken. Das letzte Mal. Ah, Lokanalyse-Zeichen. Bei wem gehört das System nun? Hä? Ach, unabhängig. Oh, nein, so wollen wir es haben. Nicht die Systemformationen. Doch, als biotechunabhängig. Dann können wir auch solche Missionen machen. Und kriegen dann auch Punkte. Aber Pluspunkte, das ist ja was wir brauchen. Pluspunkte. Nochmal dahin. Ruteplanen. Systemkarte. Ach da. Die Citroën Basis. Okay. Die Citroën Basis. Starten wir. Bis dahin und dann müssen wir Schluss machen. Wie viel Zeit haben wir nämlich mehr. So, die ist rechts von uns. Also müssen wir... Aha, okay. So. 500, wie viel schafft die denn jetzt? Ja, so richtig viel schafft die nicht, ne? Naja, egal. So, Frameshift. Frameshift. Und einschwenken. Das können wir schon mal machen. Jo. Jo. Ja, ich weiß. Wir sollen uns mal... Machen wir. Wir geben alles. Erstmal Kurs ausrichten, ne? 2000 Lichtsekunden. Jawohl. Hä? Okay. Ja. 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 Inetter. Der Yo, call up, baby. Keep gas. Wäre ja auch cool, wenn man hier so im Schiff rumgehen könnte. Aber ich glaube, wir schalten mal wieder zurück. Fliegen mal ein bisschen so. Oh, warum bremst der denn? Was soll das? Ich will den Bonus. Kannst du doch nicht einfach bremsen? Hör mal. Ahoi, Kommandantes. Ja, Ahoi. Ahoi. Machen wir gleich. Wir müssen erstmal anfliegen hier. Ah, dann können wir gleich den Ding noch scannen. Über einen Vorbeiflug oder so. Das machen wir auch. Das gibt ein bisschen Pinke Pinke. Money, Money, Money. Must be funny. La, 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 die Citroën Base. Gas rausnehmen. Weil gleich ist es soweit. Auserreichweite. 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 Ja, komm, komm. Jetzt ist er da. Oberfläche. Zack. Zack. Ach, zwei Stück nur. Eine hier. Und eine. Ups, da. Zack. Und weiter. So. Planet gescannt. Noch nicht. Aber gleich. Komm, komm, komm. Ja. So. Abgeschlossen mit Bonus. So muss das sein. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Hui, das ist aber ein bisschen schnell oder. Orbital Flight engaged. Jo, bisschen schnell. Jutjut. So, Gas rausnehmen und dann Kontakte, so 7,5 Kilometer war das, ne, naja, 7,5 Kilometer. Sie werden los. Was haben wir denn? 0,10 G? Das ist in Ordnung. Das würde ich sagen, normalerweise ist das Deploy Landing hier. Habe ich nicht eingeschaltet, deshalb muss ich das wieder von der Hand machen. Und wir fliegen dann zackig rein. Natürlich nur wegen dem Bonus. Ja, ups. Und, 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 und. Ja. Hat auch geklappt, zack. Und lokale Dienste. Ja, willkommen, danke. Da, 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 abgeschlossene Mission. Mission abschließen. Hä? Ruf wollen wir da? Ja. Und unser Ruf schon besser? Ja. Knapp, knapp die Hälfte. Wollen wir mal sehen. So. Jetzt bleiben wir hier. Wer ist da denn? So, Leute, ich muss sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein. Schönen Tag noch. Und bye, bye. 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 Boas. Bye. 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 Vielen Dank.